Moin Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge PODC, ach komm vergiss das Podcast, wir haben einen Einsatz, ach ist nur für die Feuerwehr. So, zu einer neuen Folge Podcast, heute reden wir über Sex und dann andere Themen kommt dann hintereinander. Wie, wie Windeln, wie man Kinder erzeugt, etc, wird auch immer... Jetzt erzähl mal, was mir heute schönes reden... über sex oder hat jemand hat sie als krankenwagen beworben ja machen sie auf dem vorn warum also waren auch mal zur dienstelle zurück und ja wenn sie es mal was die linke saus wie man damit umgeht den mann oder männer behandeln sollte schön gegen die bullenwander gefahren wenn sie erst mal dazu erst mal ein beitrag sie haben was dazu zu sagen aber knapp hast du gehört ja aber ich fühle zu also wer fängt an ja ich weiß nicht was sie sagen wollen erzählen wir sollten jetzt erzählen über sex ja wie man damit umgeht ob man friedlich oder hart machen sollte man überhaupt hat samt anfangen warum ist sanft gut wie sich der nähe dann wird gleich volle pulle rein rein drücken da gibt es einen notruf hat mich markiert hat einen notfall abgesendet also sind die glocken laut ja morgen geht es gut soweit und da steht ein bus aber geben lag man kann ja keine einstellung setzen naja doch ich drücke escape einstellungen und dann und dann und oh es brennt soll ich denn da einstellen ach gerade qualität der volle pulle ja guck mal und sind eingestellt warte war ich die helft oder doch wo bist du jetzt bei grafikeinstellung grafik qualität ja habe ich automatisch ja ich weiß so in der mittel ja sag ich ja sag ich ja auch mit der mittel gleich völliger aus ich denke sie aus einer fahrt ich bin verdrückt wo haben wir stehen geblieben eigentlich wo ist unser einsatz eigentlich gibt kein es ist nur für die feuerwehr auch schon dann der notruf ach so und die ist nicht gleich die richtung und arbeit aber das rtw war genau die rtw soll trotzdem damit zukommen falls jemand verletzt dann so hier guck ich bin ja ausgeschmissen aus dem auto ach so einstein steht da unten ja ja ich würde mich auch so abschließen schmeißen sie mich hinaus wer braucht hilfe keine aktuelle oder ja doch hat seine position gezeigt liegen sie hier wieder nur ich schieb mal das auto mit wütschen vielleicht ist doch was passiert ja ist er hier aber die rettungswagen braucht man hier nicht na die sollten aber trotzdem dabei sein brennt nur ja warte mal was passiert gab's kohle geld absperrband ja also mal löschen na ich kann nix natürlich doch auch nicht ja steht noch rum nochmal arbeiten der ronnie was guckte das feuer an jetzt da reinlaufen würde ich jetzt nicht das brennt sonst wir müssen schlau holen da kenne sie auch den schlauch schlauch und kennen sich nicht aus kann ich auch verstehen ja er schreibt kommt klar ich kann sie weiß auch nicht ich hab vorher noch nie gemacht na der muss eigentlich tap und dann einen schlauch ausführen oder dann wir müssen den nüppelding ranstecken oh oh einsatz wir müssen los ja ja und sie weiter erzählen oder der thema na na die war schön also freunde wer hat das nicht als erstes gemacht hat ich hab's ja schon ein paar mal gemacht menu hexpilz da hab ich erst samm dann mill und dann hart richtig rannehmenden typ hab ich auch gemacht oh man war lustig sag mal die können nicht fahren war ein wie lustig muss ich dir mal sagen ein feuer aus der polizista hey ich wollt ihn gerade retten was hält der hat sich despaunt ach ja ich wills was man verlässt mensch blöde bola werden wehren na der man das ich hab erst sanft gemacht bei wehn dann medel und dann hart hart war schön ich kann nicht mehr fahren wissen sie das hart am besten ist habe ich schon mal mit wegen gemacht dann sage ich jetzt nicht muss ja nicht jeder ist ich kann mir vorstellen wen du willst ja aber das brauchen wir jetzt nicht und raudi alter und ronnie macht er in der projekt ist eine mission ja mit scharf geschossen ich habe das gehört irgendwo hier oder hier um die banger geklaut wird medizin auch die brauchen mich doch wieder also freunde ich werde beim hr gummi ich komme zu ach quatsch doch ohne mann den bus kann ich noch nicht was ist denn hier von tumult das die 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 der hat aber einen schönen dicken am hals und ja freunde wer als erstes mal gemacht hat da kommt schon viel raus hallo das kann man schon im video jetzt sagen oder nicht schon rein spritzen ja habe ich auch schon bei mir gemacht war werden wie schön und befriedigend manche wieder nur perverse dinge gesprochen oder was wieso aber aber freunde ich würde euch empfehlen erst mit gummi machen also ich habe bei wen auch ohne gemacht aber bei mir schön muss ja dann jeder entscheiden was machen möchte ja ob er oder die mit gummi wollen oder nicht aber ja aber dann beim nächsten video kommt dann die wir über männer und frauen wir haben mit raum behandeln das kommt auch noch das kommt auch noch bett und lustig dieses blitzig an aber er ist er kann die kraft wird und meine Träger dauernd bei meinen Prozent steht alles die KC die Berndung bei den Essen es nicht Waffe ähnlich Waffe sondern war für nur als einsatz der bus immer Wo ist denn der Patient? Der ist Gliessbohm. Hm. Ich muss nicht warten können. Nein, wir waren nur zwei Kilometer weg. Noch mehr Busse. Was ist denn die Polizei ihre Mission? Bleibt raus. Aber dafür hat er mehr Plätze. Was bringt ihm das? Oh oh. Komm. Das ist aber nicht für uns, oder? Nö. Aber kann nicht. Ich nehme lieber trotzdem. Kannst du mal markieren, du Router? Die Feuerwehr kommt halt frei. Jetzt müssen wir den anderen annehmen. Medizin, es geht vor. Das andere ist eh nur Verladung verloren. Das ist Polizei. Das ist bloße Feuerwehr. Oh nein, ein Polizeirevier. Das kann mir doch keiner erzählen. Das kann mir doch keiner erzählen. Bang! 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 In der Station. Ach. Alter. Da liegen zwei am Boden. Jetzt sind da dritte. Du kannst den anderen versorgen. Wie mache ich das? Wie mache ich das? Mit Tab. Ich werde den empfehlen. In Funktion. Sie sind Diamanten nehmen. Und dann drückst du E. Drückteilen. Ja. Ich helfe dir ein bisschen. Ich helfe dir ein bisschen mit. Immer so weit. Immer nur Infusion nehmen. Immer nur Infusion nehmen oder was? Nur wenn er kurz Zeit hat zum Leben, dann muss ich die Invasion nehmen. Dann ist er noch nicht fertig. Dann ist das so zu sein, ne? Der andere liegt da. Komm mal mit. Nach hinten. Dafür verdiene ich auch mein Geld. Der Ex. Der Hes. Der hat's Bumm gemacht. Komm mit. Wir müssen weiter. Ich glaube es ist ne Explosionen. Wer ist denn da was? Yes. Bäh. 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 man weiß leider nicht welchen abgeschlossen sind das das problem mit der liste da die büller reihe zugeparkt ja ja damit lassen würden sagen wir gucken ja aber jetzt habe ich den faden verloren den fände ich gleich auf dem boden vielleicht wieder mit sich in einsatz doch jetzt habe ich meine sogar jetzt steht sogar drin ist ein bisschen einsatz hat nimmt warum steht das ist da bei dir dass du angenommen hast weil ich jetzt und dann auch drücken gemacht also ich kann doll wir müssen gleich zur adhc warum dann möchte ich ja noch die heile hast du sehe ich ja nicht hospital erwartet hat da hospital der patient da ist aus krankenhaus hospital dort und helfen ich mach das auch ein bisschen länger leben kann das war etwas nehmen Infusion ja und dauernd erinnert Mann was machen die hier k auf den Schießt der auf der auf dem ja jetzt so lange hier wie schießen als hobbyloser was man gleich was erzählen zum thema haben sie den faden für es wieder gefunden ich wollte auch reichlich nur sagen dass die frauen die männer machen das kann sie auch gut sein und was dazu sagen vor dem guck im mund nehmen ja genau sie rein mit sie haben bevor sie reingesteckt wird doch ich will nur mein auto zurück aber das wäre das war nicht schön reinstecken die guck das kinder der klassiker ein auto kaputt geht der arbeit kam und die mucke er weil ich in graf aber mein auto gleich ganz gemacht das geht automatisch oder was ne ich muss den knopf drüben wir brauchen keine mitarbeiter dafür oder wird sehr gut das hat tausend dollar gekostet wir müssen aufpassen so ein auto warte notruf ADAC 0 oder wir arbeiten fünf leute sehen sie das schon wieder sehen sie das schon wieder ja ja und deswegen sind es gut nicht eh doch aber gibt es nicht einige paletten auf der fahrbahn ein einsatz für die polizei ja du musst mal die polizei rufen wir sind schon unterwegs ja ja ach ist nicht so schlimm dann war es halt noch ein einsatz ruf aber ich kann sie und kannst du sie selber räumen nee kann man nicht kann nur die polizei polizei rufen ja 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 und so was sagen dazu zu dem thema da darf man nicht sein was ich also sex sagen können da ja ja dass man auch schön liebe machen kann ja dass man auch schön liebe machen kann ja ja was auf die kurke kurke ja oder ist das ein einsatz für die feuerwehr wenn du sie ja einsatz für die feuerwehr ja ja oh oh was will da einer tschüss warte nur die feuerwehr die kann ich nicht schießen bang bang ja also mir würde erstmal nichts einfallen noch nicht fällt dir was einer mit dem sex thema du bist sex nee oh man das muss ich dir noch sagen wie ist noch über sex zu reden warum machen wir so moin und sie reibstoffe 45 liter klar und schön vor die wand gefahren Mauer so Freunde wenn dann würde ich sagen es war es jetzt zum meine lieben Freunde mit dem Podcast wenn es euch gefallen hat also lasst gerne ein Like und ein Abo da gerade in die Videobeschreibung da ist Link drin da findet ihr alle weitere möglichseiten und dann würde ich sagen bye bye und abdi tschüss 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 und nix mal sagst du auch mal was sollen sagen russi sollen reden ja tschüss zum Beispiel windel hui da ist jede Menge was dazu sagen ja jeder kennt sie woanders besser aus mit ich kenne mich mit Sex besser aus hui Sex tschüss ich will als was anderes arbeiten haben sie schon ausgemacht oder was ja jetzt so